Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Ja und gesagt, getan, wir starten eine neue Folge und in dieser Folge geht es um die zumindest von mir sogenannten kommunikativen Phänomene. Was ich damit meine ist folgendes, es gibt bestimmte kommunikative Verhaltensweisen, die autistische Menschen an den Tag legen und hier ist das Spannende, dass man nicht so genau weiß, warum. Also es bedeutet zum einen weiß man nicht so genau, wo das herkommt und zum anderen weiß man oft auch nicht so genau, welche Funktionen diese haben. Das heißt, die wirken erstmal ja ein bisschen schwer interpretierbar, denn wir haben keine wirkliche Ahnung, warum es diese gibt ja und wodurch diese ausgelöst werden. Und ich habe euch drei mitgebracht, die ich hier tatsächlich in diesem Bereich ganz besonders spannend finde. Ja und das wären jetzt zum einen die sogenannte Echulalie, danach beschäftigen wir uns mit den sogenannten Neologismen und am Ende noch mit Mutismus. Und Mutismus ist ja auch ein Thema, das dem einen oder anderen bekannt vorkommt, denn Mutismus gibt es natürlich auch abgetrennt von der Autismusdiagnose. Das bedeutet, diese Diagnose gibt es auch einzeln und vollkommen unabhängig von der Autismus Spektrumstörung. Aber wie ich schon sagte, wollen wir starten mit der Echulalie und die Echulalie, die bergt ein paar Gefahren, nämlich dass man falsch auf diese reagiert. Um erstmal zu erklären, worum es hier geht, Echulalie bedeutet, dass betroffene Menschen oder Menschen mit Autismus einzelne Worte oder Sätze oder vielleicht auch nur bestimmte Satzteile wiederholen, die sie von einer anderen Person hören. Zum Beispiel in Form einer Frage oder einer Anweisung. Ein Beispiel hierzu wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, zu meinem Sohn Stefan, räum mal dein Zimmer auf. Dann könnte es sein, dass diese Person, wenn sie aus dem Autismus Spektrum kommt und diese besonderen kommunikativen Verhaltensweisen an den Tag liegt, antwortet mit dein Zimmer auf. Oder vielleicht auch räum dein Zimmer auf oder nur Zimmer auf. Es wird auf jeden Fall ein gewisser Teil oder das Ganze des Satzes wiederholt. Und ja, das klingt dann oft für neurotypische Menschen oder auch Fachkräfte, Erzieher ähnliches, Menschen, die halt im Umfeld aktiv sind oder Verwandte der betroffenen Eltern oder Freunde erstmal sehr irritierend. Denn neurotypische Menschen tun das ja auch. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, die, sage ich mal, erwachsene Art und Weise ist. Wir gehen so ein Zwei-Phasen-Feedback ein. Das heißt, wir wiederholen zum Beispiel die Anweisung, damit derjenige, der die Anweisung gegeben hat, auch realisiert oder versteht, dass wir diese Anweisung verstehen. Und diese dann natürlich auch daraus resultierend umsetzen können. Wenn ich zum Beispiel sage, so Peter, jetzt schnappt ihr mal den Besen da und fegt mal die Auffahrt. Dann wäre im Falle eines Zwei-Phasen-Feedbacks folgende Antwort wahrscheinlich realistisch wie, okay, ich soll also den Besen nehmen und damit die Auffahrt fegen. Dann würden wir nochmal bestätigen mit Ja. Und dann wäre sowohl der Auftraggeber als auch der Auftraggempfänger, wären beide dann klar in der Überlegung, dass diese Botschaft gut angekommen ist und jetzt auch umgesetzt wird. Das ist die, ja, wie soll ich sagen, vermehrte Art und Weise, wie man das verstehen könnte. Aber dann ist es natürlich auch so, dass Kinder das zum Beispiel machen, indem sie nachplappern. Das heißt, sie reden auch wie bei der Echolalie einfach bestimmte Parts oder den ganzen Satz nach, aber hier natürlich mit der Absicht der Provokation. Das heißt, da wollen die die Eltern mit ärgern oder die Personen, die sie gerade versucht mit einer Aufgabe zu betrauen. So, bei der Echolalie ist es aber eine ganz andere Geschichte, denn die Betroffenen, die können das nicht steuern. Die wissen gar nicht so genau, warum sie das machen. In bestimmten Situationen könnte es sicherlich auch eine sprachliche Stereotypie sein. Also das Wort oder der Satz wird wiederholt, um sich zu beruhigen, aber das ist eher in der Regel nicht der Fall. Das bedeutet, es bleibt hier ein nicht so ganz zu ergründender Hintergrund und wir wissen auch nicht, welche Funktion das hat. Und hier gilt nun für das Umfeld einmal ganz klar zu verstehen, das machen diese Personen nicht absichtlich, um zu provozieren oder auch nicht, um einmal klarzustellen, dass sie die Frage oder die Ansage verstanden haben. Darum geht es hier nicht. Und dementsprechend kann ich nur jedem Profi zumindest, Eltern natürlich auch oder Freunden und Angehörigen nur empfehlen, hier nicht jetzt mit Unverständnis und vielleicht sogar Aggression zu reagieren, sondern einmal für sich zu verinnerlichen. Die Person macht das einfach, weiß selber nicht warum. Und dementsprechend macht es überhaupt keinen Sinn, dieses Verhalten zu sanktionieren, anzusprechen oder was einem da zum Beispiel als Elternteil oder als Erzieher sonst noch einfallen könnte. So und als zweites wollen wir über die Neologismen sprechen. Da ist es nämlich auch so. Viele autistische Menschen tendieren dazu, Dingen einen neuen Namen zu geben. Also Neologismen, das bezeichnet ja die Wortneuschöpfung. Das heißt, dass neue Worte für etwas gefunden werden und das ist in unserem Sprachgebrauch eine ganz normale Geschichte. So und bei autistischen Menschen ist es oft so und das beobachte ich bei Kindern sehr stark, dass zum Beispiel Stofftiere sehr spezielle Namen haben, die man so gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Oder dass Menschen plötzlich komische Spitznamen bekommen. Und hier ist man dann oft gewillt, die Person einfach dann auch zu überzeugen oder man versucht die zu überzeugen, dass es ja theoretisch einen anderen Namen gibt oder eine andere Bezeichnung. Aber auch hier ist nicht so ganz klar, warum die Personen das machen und hin und wieder verfolgt das Ganze sogar einer gewissen Logik. Also wir wiederholen natürlich dann auch diese Bezeichnung für Begrifflichkeiten oder für Personen und das passiert nicht immer im Wechsel, sondern ganz oft bleibt diese Begrifflichkeit dann auch mit der Person zum Beispiel verhaftet. Aber auch hier gilt, dass ja Wut oder Besserwissertum nicht der richtige Part ist, damit umzugehen. So und dann kommen wir zu Punkt Nummer drei und der ist tatsächlich ein wenig umfangreicher oder man muss da ein bisschen besser erklären. Also grundsätzlich ist der Begriff oder die Diagnose Mutismus kann man ja sogar sagen eine eigenständige. Aber im Bereich Autismus lässt sie sich natürlich auch finden und zwar dadurch, dass es viele autistische Menschen gibt, die gar nicht sprechen. Und das betrifft hauptsächlich Menschen mit einem niedrigeren Intelligenzniveau, wie zum Beispiel Menschen mit dem, wie man vorsagte, frühkindlichen Autismus, der ja mit einer starken Lernbehinderung bis hin zu einer geistigen oder auch stark ausgeprägten geistigen Behinderung einhergeht. Und ja, hier kann es oft vorkommen oder ich zumindest kenne viele, viele betroffene Menschen, die nicht sprechen können, wollen. In der Regel geht es aber um das Thema können und wir dürfen jetzt nicht jedem Menschen, der nicht sprechen kann, sagen, ja, der hat jetzt irgendwie eine Autismusdiagnose oder man müsste da mal gucken. Denn die meisten Menschen, die tatsächlich dann den Mutismus zu tun haben, die sind nicht aus dem Autismus Spektrum. Und wir haben hier zwei verschiedene Formen, die wir insbesondere einmal betrachten wollen. Und zwar wäre das zum einen der totale Mutismus. Hier spricht die Person wirklich gar nicht. Also kann vielleicht mal ein bisschen lautieren oder ähnliches, aber spricht nicht im Sinne von gewohnter verbaler Kommunikation, also kultivierter verbaler Kommunikation. Das ist hier in der Regel der Fall, dass diese Personen gar nicht sprechen. Und dann gibt es auf der anderen Seite den viel verbreiteteren selektiven Mutismus. Und da sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Es geht darum, dass die Person in gewissen Situationen, Stimmungslagen, Räumlichkeiten, Umfeldern im Umgang mit bestimmten Personen oder auch grundsätzlich tagesformabhängig teilweise einfach nicht sprechen kann. Ein Beispiel hier wäre ein drastisches. Die Person kann nur am Arbeitsplatz sprechen, aber zu Hause bei der Familie nicht. Oder sie spricht nur mit den Eltern, aber mit keinem anderen Menschen auf der Welt. Das ist auch ein für mich relativ oft gesehenes Phänomen, das mir relativ regelmäßig begegnet. Und ja, hier kann es allerdings auch sein, dass sich diese Zusammensetzung, also mit wem gerade gesprochen wird oder mit wem nicht, auch dann tatsächlich durch so Dinge wie Beziehungsaufbau und sowas auch mal über lange Zeiten auch sich verändern kann. Das ist durchaus möglich. So und jetzt benutze ich halt den Mutismus Begriff hier im Bezug auf autistische Menschen relativ pragmatisch. Das bedeutet, ich meine damit einfach, dass es Menschen mit Autismus gibt, die nicht sprechen und dass es Menschen mit Autismus gibt, die nur in bestimmten Situationen sprechen können. So und ein ganz klarer, abgrenzender Part, den ich hier nochmal erklären muss, ist folgender, nämlich, dass wenn wir Menschen haben, die neurotypisch sind und die plötzlich Mutismus vor- oder aufweisen, einmal genauer betrachten, dann resultiert dies oft aus einer traumatischen Erfahrung. Das heißt, wenn ein Kind mir begegnet, das plötzlich nicht mehr spricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich relativ hoch, dass diese etwas Traumatisches erlebt hat und darauf mit dieser mutistischen Kommunikationsweise, also mit dem Aufhören zu sprechen oder mit dem Einschränken der verbalen Kommunikation reagiert. Und zwar als Resultat auf dieses traumatische Erlebnis. Ja, und da möchte ich jetzt einmal eine ganz, ganz klare Aussage treffen. Wir können natürlich nicht davon ausgehen, dass jeder autistische Mensch, der nicht spricht oder nur selektiv spricht, eine traumatische Erfahrung gemacht hat. Das ist natürlich nicht auszuschließen, aber in der Regel geht es hier darum, den Grund dafür in der Entwicklungsstörung zu suchen. Also darin, dass irgendwo in der Zeit des Spracherwerbs halt Dinge anders gelaufen sind oder nicht so stark verzögert haben, dass sie im Nachhinein dann auch nicht mehr nachgelernt werden können. Das ist hier eher das Thema, als jetzt davon auszugehen, dass es hier einen traumatischen Hintergrund gibt. Also einen Hintergrund der traumatischen Erfahrung. So, ja, und das waren jetzt drei Beispiele oder drei Bereiche, die ich tatsächlich in der Praxis immer sehr, sehr interessant finde. Und was ich hier einfach einmal ganz klar sagen möchte, ist, denkt nochmal drüber nach, es gibt durchaus Verhaltensweisen, die bei neurotypischen Menschen einen ganz anderen Grund haben, nämlich ein Motiv oder dahinter steckt, die Überlegung, jemanden zu provozieren. Und das ist manchmal halt gerade in diesen drei Bereichen bei autistischen Menschen nicht so. Die machen das einfach und wissen teilweise selber nicht, warum sie diese kommunikativen Auffälligkeiten haben. Also hier ist einmal Nachdenken gefragt und das geht natürlich mit dem leicht erhobenen, aber trotzdem freundlichen Zeigefinger wieder an vor allen Dingen die professionellen Kollegen. Also nicht leicht davon ausgehen, dass es provokatives Verhalten ist, sondern dass es ein Verhalten ist, das aus der starken Entwicklungsstörung resultiert. So, und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrumstörung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal, bis dann, ciao.